Guten Morgen, herzlich willkommen zum 20. Mal Herzniere. Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen, Robert Frey und ich. Mein Name ist Martin Zayer. Wir sind ja den allermeisten sicherlich gut bekannt und wir freuen uns sehr, dass doch etliche den Weg geschafft haben, heute Morgen hierher, trotzdem etwas trüben Vorweihnachtswetter. Es gibt ja noch den Weihnachtsmarkt, vielleicht ist da noch Gelegenheit danach, den zu besuchen. Wir haben oder wir nehmen die Vorträge auf, die sind dann wieder sozusagen aus der Konserve, später nochmal nachhörbar, sofern gewünscht. Wir haben eine kleine Programmänderung. Bedingt durch den Bahnstreik, bedingt durch Corona, fallen uns zwei Referenten aus, nämlich Herr Heuer und Herr Professor van der Giet. Herr van der Giet ist ja aktuell Präsident der Hochdruckliga. Professor Heuer ist der Chef der Nephrologie in Marburg. Beide sehr renommierte Hochdruck- und auch Nierenforscher. Ich werde dafür einspringen und zumindest einen Vortrag übernehmen, allerdings nicht einen Vortrag von den Kollegen, sondern einen sogenannten Post-ESN, wo ich vier Studien von der American Society of Nephrology, vom diesjährigen Kongress, vorstellen werde. Also sie sind nicht umsonst gekommen, keine Sorge. Und es liegt auch jetzt wirklich nicht an uns, dass die zwei ausgefallen sind. Wir haben da eine kleine Pause mit Kaffee, Brezeln, Wasser und was es halt so gibt. Die ist draußen im Foyer. Da können wir uns dann auch noch mal ein bisschen austauschen. Es gibt CME-Punkte und glaube ansonsten ist soweit alles gesagt. Was am Anfang zu sagen ist, dann darf ich dir übergeben, Norbert. Ja, vielen Dank, Martin. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ja, Martin hat es ja schon gesagt, wir haben hier eine gewisse Tradition etabliert, 20 Jahre, gegründet auch von Hugo Katus, den ich auch herzlich bei der Gelegenheit begrüße, der den zweiten Teil moderieren wird. Und ich glaube, in Heidelberg, Martin, das kann ich glaube ich ohne, dass wir irgendwas vortäuschen müssen, sagen, wird Herz und Niere auch gelebt. Da gibt es wirklich einen engen Austausch. Und die Faktenlage und die Studien, über die wir noch sprechen werden, die geben das ja auch her, dass doch die beiden Fächer sogar immer eher zusammenrücken. Und insofern freue ich mich auf den Austausch und auch gleich auf den ersten Vortrag. Wir konnten Professor Böhm aus Homburg gewinnen. Ein, wie alle wissen, hochrenommierter Herzinfizienz- Spezialist. Und insofern sind wir gespannt, Michael, was du uns zur Herzinfizienz-Therapie sicher mit ein paar Seitenbemerkungen zur Niere auch berichten wirst. Bitte. Ja, lieber Martin, lieber Norbert, vielen Dank für diese erneute Einladung nach Heidelberg. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin gebeten worden zu besprechen State of the Art der chronischen Herzinfizienz. Ich möchte vor allen Dingen reden über medikamentöse Therapie, nicht über Device-Therapie. Und Sie wissen alle, dass sich die Leitlinien geändert hat und zwar 2021, wo man jetzt mit allen Therapeutikern möglichst gleichzeitig in kürzester Zeit in möglichst adäquaten Dosen beginnt und dann die Patienten früh im Grunde wieder sieht und dann im Grunde schnell auftitriert die Dosen und anderes hinzufügt. Diese Leitlinie, die dann folgt mit den anderen subgruppenspezifischen Therapien, ist natürlich beim Erscheinen schon veraltet geworden. Und dementsprechend möchte ich die Neuerung und ein geile Leitlinien-Update vorstellen, was kürzlich publiziert wurde, beim letzten European Heart Congress vor zwei Monaten. Die zweite Stufe besteht ja darin, dass man Patienten, die eine bestimmte Charakteristika aufweisen, dann mit Devices behandelt oder anderen Medikamenten. Das sind natürlich Hydralazin-Nitrate bei Afroamerikanern, wo sie besonders wirksam sind. Dann ICD und CRTD-Indikationen je nach einer Vortestwahrscheinlichkeit für einen plötzlichen Herztod, beziehungsweise einer Verbreitung des QRS-Komplettes mit Links-Schenkelblock-Konfiguration. Und dann Dinge wie hohe Herzfrequenz im Sinusrhythmus, Ivabradin, Digoxin zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern oder Nya4 und Veriziguat bei Patienten, die dekompensiert sind unter der Standardtherapie und eine schwere Herzinsuffizienz aufweisen. Und besonders bei denen funktioniert das bis zu einer GFR von 15. Das heißt, sie füllt die Substanz eine relativ wichtige Rolle auf bei den Patienten mit einer ausgeprägten renalen Komorbidität. Und dann letztendlich andere Komorbiditäten, Diabetes, Hochdruckkontrolle in der Prävention des Vorhofflimmerns. Und das war hier die alte Leitlinie, fehlt noch ein Stück. Und dann ist, wie gesagt, diese Leitlinie veraltet gewesen in dem Moment, als sie erschienen wurde. Also die Leitlinie wurde vorgestellt und 15 oder zwei Stunden später wurde dann die Studie zur Herzinsuffizienz mit erhaltenen Pumpfunktion, die Emperor-Preserved-Studie vorgestellt, sodass die Leitlinie im Moment der Präsentation schon wichtige Teile der Therapie nicht enthielt. Also hat man sich entschlossen, das Komitee der Leitlinie ein Update zu machen. Und zwar hat man alle Studien aufgenommen, die bis zum 31.03. erschienen sind. Man hat nur die primären Endpunkte und keine Subanalysen oder sekundären Endpunkte berücksichtigt. Man hat alles ausgeschlossen, was im Widerspruch steht, zu anderen Leitlinien der ESC und hat dann, und das ist das Prozedere der ESC-Leitlinie und das muss eigentlich jeder wissen, man hat abgestimmt über jede Leitlinienempfehlung. Das ist notwendig, eine 75-prozentige Mehrheit zu finden und ich sage Ihnen gleich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was da nicht durchkam, auf was man sich aber schon einstellen kann in der nächsten Phase der nächsten Leitlinie. Also es gibt fünf neue Punkte. Behandlung der Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion und leicht reduzierter Erektionsfraktion. Das ist hier vor allen Dingen fokussiert auf SGLT2-Inhibitoren. Es gibt neue Präventionsempfehlungen. Ich zeige Ihnen, warum das so ist. Bei Patienten mit Niereninsuffizienz, GFR kleiner 60 und verschiedenen Grad der Mikroalbuminurie oder Albuminurie und Proteinurie. Und dann gibt es eine Strategieempfehlung zur Nachsorge. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Und dann ein schwieriges Thema, die Empfehlung zum Eisenmangel. Gut, das ist das Focused Update, was dann präsentiert wurde. Und dementsprechend gehe ich das jetzt durch. Und ich beginne mit einem Punkt, der nicht drin ist. Also das ist die Klassifizierung der Herzinsuffizienz 2016 initiiert. Man hat ganz klar Herzinsuffizienz mit reduzierter Erektionsfraktion kleiner 40 Prozent. Man hat erhaltene Erektionsfraktionen großer 50 Prozent und hat eine mittlere Gruppe im Grunde gewählt. Die hieß damals noch Mid-Range Ejection Fraction, weil man nicht genau wusste, in welche Schublade die man stecken sollte. Es war nicht mal klar, ob diese Patienten wirklich schwer erkrankt sind. Und hat diese Gruppe dazwischen gesetzt. Und das hat sich jetzt geändert in Mildly Reduced Ejection Fraction, weil man gesehen hat, die haben in der Tat eine höhere Hospitalisierungs- und Sterblichkeitsrate. Was man wissen muss, dass dies rein abitär ist. Man hat früher reduzierte Erektionsfraktionen zu Zeiten der Scham-Studie unter 35 bewertet. So sind die Beta-Blocker-Studien gemacht worden. Und dann hatte man eventuell in Studien nicht genug Patienten gefunden. Und um die Rekrutierung zu erleichtern, hat man das dann aufgeweitet bis 40. Ja, manche Studien, weil man nicht wusste, wohin das gehört, rekrutieren bis 50 oder ab 50 aufwärts. Das ist die Top-Catch-Studie. Und dann hat man, wie gesagt, alles, was größer 40 war als Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion im Grunde bezeichnet. Und das waren die Zeiten der Scham-Studie, also sozusagen in den 90er Jahren. Und dann gibt es natürlich die, die sich bessern. Das erwähne ich nur. Man muss sich bessern, hat man HF-Impev. Das sind Patienten, die um 10 Punkte mit der Ejektionsfraktion steigen, vorwiegend nicht die chemische Kardiomyopathen und die die Gruppe wechseln innerhalb dieser Gruppe. Also wie sieht es aus? Es gibt keine pathophysiologische Rationale für diese Erklärung. Es gibt keine klinische Variable. Es ist rein abitär die Entscheidung gewesen von Leitlinienkomitees. So, und jetzt hat man Folgendes gesagt. Es gibt zwei Studien, die interessant sind. Man hat Patienten mit einer wirklich hohen Ejektionsfraktion, bei denen hat man eine Druck-Volumen-Kurve sozusagen erfasst. Es gibt diese amerikanische Studie und es gibt eine Studie aus Leipzig, die ich Ihnen gleich zeige. Und was man dann sieht bei der dilatativen Kardiomyopathie, verschiebt sich die Druck-Volumen-Relation nach rechts. Das geht schon hier los. Das ist hier die Kontrolle bei einer Ejektionsfraktion kleiner 57. Die haben das nach Terzilen eingeteilt. Insofern sind die Zahlen etwas ungerade. Aber was man sieht, dass es offensichtlich eine unterschiedliche Entität ist, wenn man eine Ejektionsfraktion hat, die wirklich hoch ist und eine Herzinsuffizienz. Dann passiert nämlich bei Volumenexpansion Folgendes. Der Ventrikel wird steifer. Die Autoren in Leipzig vor allen Dingen nennen das eine Kontraktur, sodass möglicherweise in den höheren Graden der Ejektionsfraktion eine Separierung erfolgt. Und das ist hier gezeigt, hier wieder die Druck-Volumen-Schleifen. Die Patienten, die das entwickeln, die haben einen bestimmten Figurosegrad und sie werden steif unter Volumenbelastung. Das heißt, die diastolische Dysfunktion verstärkt sich. Und das ist insofern eine Erklärung dafür, warum Substanzen wie Sildenafil, Nitrat in großen Studien untersucht, eben bei der erhaltenen Ejektionsfraktion nicht funktionieren. Und was man dann gesagt hat, man schafft das ab in dem Update. Und dann sieht man, man wollte etwa den Cut hier machen, eventuell bei 60, das in eine Gruppe werfen. Und das hat 71,5 Prozent Ja-Stimmen erhalten und ist daher abgelehnt worden. Ich sage Ihnen das deshalb, dass Sie sich darauf einstellen können, dass möglicherweise in der nächsten Leitlinie die mittlere Gruppe verschwindet, dass man eine grundsätzlich andere Klassifikation hat. Herzinsuffizienz mit reduzierte Ejektionsfraktion und mit normaler Ejektionsfraktion. Das wäre dann nämlich der Terminus. Und dass das diese zwei Gruppen sind. Und ein wesentliches Argument, was dafür spricht, ist auch, dass diese Gruppe, und das zeige ich Ihnen gleich später noch, die sind alle im Grunde ansprechend auf klassische Neuroendokrine Inhibitoren, wie Sarkovitril-Visatan, den sogenannten ARNI, aber auch Beta-Blocker und ACEM- und AT1-Blocker, das heißt, und MRAs auch. Das heißt, diese ist vielleicht eine Gruppe, die man wirklich klar von denen abgrenzen sollte. Aber weil das ganze Feld dann wieder in Bewegung gerät, hat man das auf die echte Leitlinienkommission bei der nächsten Leitlinie vertagt. Also was gab's Neues bei HEF-MREF und HEF-PEF? Das war im Grunde eine Blackbox und im Grunde nichts an Evidenz in der vorangehenden Leitlinie. Das ist die Leitlinie 21. Und Sie sehen, was man macht. Man screened für Äthiologien. Das ist in der Regel Hochdruck. Es bleiben selber, wenn die Herzinsuffizienz sich aus der Hochdruckerkrankung entwickelt. Immer noch Hochdruckpatienten über die HEF-PEF haben plus Hochdruck. Und das soll man fahnden mit Komorbiditäten und dann entsprechend diese behandeln. Also eine Empfehlung, die entspricht mehr dem gesunden Menschenverstand. Daher eine C-Klasse Evidenz als irgendeiner rationale oder prospektiven Studien. Und das Zweite sind, dass man natürlich Theoretiker gibt, um Zeichen und Symptome der Volumenüberlastung zu reduzieren. Auch dazu keine prospektiven Studien geht wahrscheinlich gar nicht. Also das ist hier die etwas dünne Empfehlung der ESC. Und das hat sich geändert in der neuen Evidenzlage. Und zwar Dapaglyphlozin und Empaglyphlozin eine Klasse 1a-Empfehlung. 1 heißt mindestens zwei Studien plus Meta-Analysen. Und 1a bedeutet eben wirklich viele Studien und eine klare, also das bedeutet, dass A Klasse 1 sollte, soll man unbedingt machen, muss man machen. Und das ist die erste Empfehlung gewesen. Für die Herzinsuffizienz mit leicht reduziert der Erektionsfraktion eine etwas weichere Empfehlung. Und zwar Diuretika, klar, hier auch. Aber man hat gesehen, dass im Grunde Subgruppen profitieren. Das ist eine Klasse 2b-Empfehlung C. Das ist hier die Expertenmeinung. Und das kann man machen oder könnte man machen oder sollte man machen vielleicht auch. Und da ist immer das Missverständnis, dass das gesagt wird, dass eine schwächere Empfehlung, eine schlechtere Empfehlung und so weiter. Das ist nicht ganz so, sondern es bedeutet, diese Substanzen sind wirksam. Ich zeige Ihnen gleich die Evidenz, warum. Nur dieses 2b, was schwächer ausfällt, ist im Grunde nichts weiter als die Beschreibung des Weges, wie man zu dieser Empfehlung gekommen ist. Und die liegt daran, und das ist hier eine Zusammenfassung der Studien. Man hat und das begann damit in Paragon Paradigm zwei Studien zusammengeführt in eine Datenbasis. Das war Herzinsuffizienz mit Erektionsfraktion kleiner 40 und das war über 40. Dann hat man eine Kontrollgruppe implementiert, weil diese Studien aktive Vergleichsgruppen hatten, nämlich einmal Weisertan und einmal Enna Lapril. Und hat dann im Grunde über eine Kontrollgruppe aus der Scham-Studie, hat man sich in die Lage versetzt, über die gesamte Erektionsfraktion die Behandlungseffekte anzusehen. Und was Sie sehen, dass man etwa bei 55 Prozent Erektionsfraktionen einen Behandlungseffekt hat. Das heißt, es gibt keine gewidmete Studie, aber es gibt diese Datenlage mit einem Behandlungseffekt. Und Sie sehen, bei 40 ist dieser Behandlungseffekt genauso groß oder bei 50 fast wie jetzt da drunter. Das heißt, es gibt diese Evidenz. Und wenn man sich das genau anschaut aus vorliegenden Studien, wie das aussieht in TopCat, wie gesagt, 45 hat man hier randomisiert und dann darüber, dann sieht man, dass hier ein Behandlungseffekt dort ist. Man sieht hier bei den Wetterblockern einen Punkt, der funktioniert ebenfalls bei HFMREF. Das ist die Seniors-Studie. Das war die einzige, die in diesem Bereich Patienten rekrutiert hat. Das waren Ausschlusskriterien über 35 meistens in den anderen Studien. Und Sie sehen das hier bei der Charm-Studie. Da gab es Charm-Preserved, Charm-Edit und Alternative. Das Gleiche. Zwei Studien mit reduzierten, eine mit erhaltenen Erektionsfraktionen. Ebenfalls diese Effekte. Sodass das Erste war, dass die FDA eine Empfehlung ausgesprochen hat mit dem Wording, Sacobitril-Weissatan ist bei Herzenssuffizienz indiziert. Und das ohne irgendwelche Grenzen der Erektionsfraktion. Das heißt, diese Gruppe hat diese Effekte. Aber es sind zusammengesetzte Datenanalysen aus verschiedenen Studien und daher die Klasse 2b-Empfehlung. So, und was ist mit SGLT2-Inhibitoren? Die haben jetzt, ups, Verzeihung, die Klasse 1a-Empfehlung für beide Gruppen. Herzinsuffizienz mit leicht reduzierter und erhaltener Erektionsfraktion Klasse 1a. Und das liegt eben an diesen zwei großen Studien. Das ist Emperor Preserved und später Deliver, die das beide gezeigt haben. Und diese Studien haben randomisiert von 40 aufwärts prädefiniert, dass man getrennt anschaut, die über 40 und die zwischen 40 und 50. Und da sieht man hier das Gesamtergebnis. Sie sind wirklich in großer Übereinstimmung. 20%ige Risikoreduktion für Herzinsuffizienz, Hospitalisierung und kardiovaskulären Tod. Beide Studien haben einen frühen Beginn des Effektes. Das ist etwa so zwischen 14 und 30 Tagen. Das heißt, auch hier gilt, je weiter man postponiert den Behandlungsbeginn, desto mehr riskiert man Events. Man hat dann die Meta-Analysen gemacht. Das heißt, zwei prospektive Studien. Das hätte schon gereicht. Sie sehen hier eine Meta-Analyse für DARPA-HEF über das gesamte Spektrum der Ejektionsfraktion. Das heißt, die Frage bewertet man gleich HEF-REF, HEF-MREF und PEF. Und da sieht man keine Interaktion zwischen der Ejektionsfraktion und dem Behandlungseffekt. Hier ist die Linie der Neutralität. Das liegt überall drüber. Und das ist die Analyse aus Emperor Preserved. Das sehen Sie hier im Grunde über die gesamte Ejektionsfraktion einen Behandlungseffekt. Dieses hier hat mal für Diskussionen geführt. Aber das ist ein statistischer, wirklicher Outlier. Es basiert auf 37 Events. Das heißt, es gibt keinen Hinweis dafür, dass es eine Interaktion zwischen Ejektionsfraktion bei beiden Studien gibt. Und dann hat man, und das ist die nächste Frage, die Sie stellen könnten, gibt es Substanzunterschiede? Ist es ein Klasseneffekt oder individuelle Substanz-Effekte? Und dann sieht man hier die Meta-Analyse zwischen diesen beiden Studien bei reduzierte und mild reduzierte Ejektionsfraktionen oder erhaltene und mild reduzierte Ejektionsfraktionen. Und Sie sehen nicht nur die Mittelwerte, sondern auch die Standardabweichungen sind fast liegen übereinander, sodass man sagen kann, das ist ein Klasseneffekt. Denn das Ganze gilt auch für die Komponenten dieses zusammengesetzten Endpunktes kein Hinweis für Heterogenität. Und daher eine kristallklare Klasse 1a-Empfehlung, die sich dann so zusammensetzt. Diuretica und Dapaglyphlozin für Hef-Mref, Klasse 1-Empfehlung. Und dann diese schwächeren Empfehlungen, schwächeren im Sinne von nicht so gute Evidenzlage, aber doch ausgeprägte Behandlungseffekte. Und dann gibt es einen Punkt, der wichtig ist. Wenn man sowas betrachtet, eben die einzelnen Studien, dann betrachtet man immer den Effekt einer einzelnen Substanz. Und was es jetzt gibt, und das ist ganz interessant, eine sogenannte Meta-Network-Analyse, wo man alle Studien zusammenlegt und dann entsprechend die individuellen tatsächlichen Behandlungen miteinander vergleicht. Und hier sehen Sie das Konzept der Herzenssuffizienztherapie, dass man mit verschiedenen Medikamenten verschiedene Mechanismen bedient. Und dann sieht das folgendermaßen aus, dass es hier ein Patient hier, der 1 ist der Patient, der ein ACE immer erhält. Wenn man dann dazu legt, letztendlich den ARNI, dann ist der Effekt schon mal ein bisschen besser. Wenn man dann MRA dazu legt, dann SGLT2 hinzulegt oder alles 3 gibt, hat man eine 50-prozentige Risikoreduktion bei Erektionsfraktionen, die sich sozusagen hier zwischen 45 und 54 sozusagen befinden. Das Ganze funktioniert bis 64. Das könnte die neue HEF-REF Diagnose oder oder Definition sein. Das heißt, verschiedene Mechanismen zu bedienen. Additiv hat additive Effekte oder sogar über additive Effekte und das möglichst schnell. Ja, das stützt im Grunde diese HEF-REF Empfehlung sollte man machen, obwohl man keine gewidmeten Studien hat. Nun, wie sieht es aus bei der Prävention der Herzenssuffizienz? Das ist im Grunde die alte Leitlinie. Hochdruckbehandlung präventiert Herzenssuffizienz, Lipidbehandlung auch, Verhinderung von Myokardinfarkten, alles das, was im Grunde Lebensstil ist, alles C-Empfehlungen. Und jetzt kommt hinzu für SGLT2-Nibitor bei Diabetes eine Empfehlung zur Prävention der Herzenssuffizienz. Das war 21 und das basierte auf Studien wie der Emperic Outcome Studien und unter anderem die Clare und anderen den ganzen Sotaglyphlozin Studien. Das waren nur Diabetiker, aber ohne zwingend eine Herzenssuffizienz zu haben. Und bei denen ohne Herzenssuffizienz konnte man verhindern, die erste Hospitalisierung für Herzenssuffizienz. Und das sind vier, fünf Studien, Ertoglyphlozin, Canaglyphlozin. Es funktioniert mit jedem. Und daher damals schon die Klasse 1a-Empfehlung für die Prävention der Herzenssuffizienz beim Diabetiker. Gut. Und das ist letztendlich erweitert worden jetzt auf die Niereninsuffizienz. CKD ist hinzugekommen. Das ist die alte Empfehlung. Das ist die neue Empfehlung 1a-Empfehlung. Und das basiert eben aus Studien zur Niereninsuffizienz mit SGLT2-Inhibitoren. Das ist DAPA-CKD, die hier gezeigt ist, frühzeitig abgebrochen. Das ist der primäre Nieren-Endpunkt. Der ist im Grunde um 44 und 36 Prozent reduziert. Klare Sache. Aber selbst die Patienten mit Niereninsuffizienz, die noch keine Herzinssuffizienz hatten, haben eine 29, also fast 30-prozentige Reduktion des klassischen Endpunktes in Herzinssuffizienz-Studien. Und das ist kardiovaskulärer Tod und Hospitalisierung für Herzinssuffizienz. Auch wenn sie noch keine Herzinssuffizienz hatten und daher diese Daten waren die ersten zur Prävention der Herzinssuffizienz bei Niereninsuffizienz. Es gibt dann noch die EMPA-Kidney-Studie. Im Prinzip das Gleiche, aber die hatte zu gute Patienten eingeschlossen mit niedrigen Eventzahlen, sodass sich das dort nicht so richtig herausarbeiten ließ. Aber, und das ist dann der dritte Baustein und Voraussetzung für eine 1a-Empfehlung, das ist eine Meta-Analyse aus Oxford. Und da hat man alle Studien analysiert und überall, und das ist hier dieser Endpunkt, Hospitalisierung, kardiovaskulärer Tod mit Diabetes, ohne Diabetes. Und Sie sehen einen homogenen Effekt. Das heißt, ein klares Signal aus allen Studien, die es so gibt für eine Prävention der Herzinssuffizienz bei Niereninsuffizienz. Und dann, und das war sogar zur Überraschung der Studienleiter, hat man die gleiche Empfehlung ausgesprochen für Pheneronon, nicht-steroidaler Mineralocorticoid-Antagonist, der eine relativ hohe Verteilung im Herzen hat zur Niere. Die Idee dabei ist, dass man weniger Hyperkaldemien und renale Nebenwirkungen hat, aber eine stärkere Akkumulation im Herzen, wo man versucht dann eben die Fibrose oder die Hypertrophie regredient zu machen, Pheneronon. Und da ist die Datenlage so, dass es zwei Studien gab, Fidelio und Figaro. Die natürlich eine Reduktion der Nierenendpunkte hatten. Sie sehen hier die renalen Einschlusskriterien. Wieder kleiner 60, hier sogar kleiner 90. Das war positiv. Aber, und das ist hier das wichtigste Nierenendpunkt, und das ist der Kardiovaskulärer Outcome, Kardiovaskulärer Tod und Herzenssuffizienz- Hospitalisierung um 22 Prozent reduziert. Auch hierbei ist das keine Herzenssuffizienz-Studie, sondern eine reine Präventionsstudie. Aber Meta-Analyse, Fidelio, Fidelity, haben gezeigt, dass dieser Effekt homogen und robust ist. Daher eine Klasse 1a-Empfehlung für die Prävention der Herzenssuffizienz. Wie sieht es aus mit der Therapie? Das ist noch nicht ganz klar. Da gibt es das Moonraker-Programm, was jetzt sozusagen das Konzept richtig festnagelt an über 25.000 Patienten. Das ist die Herzenssuffizienz-Studie Fine Arts. Die hat sozusagen wirklich Patienten mit Herzenssuffizienz untersucht, und zwar mit HEF-PEF. Und hier ist es so, dass diese Studie im März präsentiert wird. Die hat zu Ende rekrutiert. Da wartet man jetzt nur auf die endgültigen Ergebnisse. Und dann hat man einige Begleitstudien gemacht, nämlich Redefined. Das sind Patienten, die im Grunde Spironolactone nicht vertragen. Und das sind diese hier, die das nicht vertragen. 2600 Patienten. Dann Patienten, die sozusagen frisch initiiert werden. Und dann eine interessante Studie. Was man weiß, SGLT2 ist präventiv, Finirinol alleine auch. Aber was ist mit der Kombination? Ist das ein Add-on-Effekt oder phagozytiert eine der Interventionen bereits den Effekt der anderen? Und daher eine dedizierte Studie, wo man Confirmation HF, wo man beides kombiniert. Es gibt insgesamt 300 Patienten aus den Fidelio-Studien, die das hatten, die Kombination. Da sieht es so aus, als sei es ein additiver Effekt. Aber das wird hier in Confirmation HF erstmal festgenagelt. So, das sind die neuen Empfehlungen. Also das sind die Möglichkeiten, die man hat. Also eine der Substanzen zur Prävention der Herzenssuffizienz, bei Niereninsuffizienz oder Diabetes zu geben. Und das Zweite ist die Frage, wie macht man das? Evidenz war ganz klar, Expertenempfehlung, trocken entlassen nach einer Dekompensation. Residuelle Ödeme verdoppeln die Sterblichkeit im Folgejahr. Das Zweite ist, beginnen im Krankenhaus, dass man in der Phase nach Entlassung, wo die Eventraten hoch sind, die Patienten nicht ohne protektive Therapie lässt. Die haben viel Diuretika. Und von dem anderen, was die Prognose beeinflusst, viel zu wenig. Klasse 1a-Empfehlung. Und dann die frühe Kontrolle. Hat man auch gesagt. Es ist gut, wenn man die Patienten früh sieht. Ein Aufschrei unter niedergelassenen Kardiologen, weil sie gesagt haben, das schaffen wir nicht. Und jetzt gibt es Folgendes, dass man diese Phase adressiert. Das ist aus Scham. Und da sehen Sie ganz klar, die ersten drei Monate, die sind sozusagen das Problem. 50 Prozent der Patienten, die sterben, die aus dem Krankenhaus kommen mit Dekompensation, gehen zurück ins Krankenhaus oder versterben in den ersten drei Monaten. Danach levelt sich das aus. Und eine Hypothese ist, dass Sie hier nicht abgedeckt sind mit den prognoserelevanten Patienten. Und das ist in der Tat ein Problem. Sie sehen hier aus drei Ländern, die Patienten, die wirklich alle Substanzen haben. Die sind hier 100 gesetzt. Also nach einem Jahr, nehmen wir mal alle an, haben diese alle 100 Prozent. Und Sie sehen, wann die behandelt werden in der vulnerablen Phase. Da fehlen hier 20 Prozent. Hier fehlen 30 und hier 40 Prozent. Auch in Schweden, die nicht im Ruf stehen, eine schlechte Herz-Suffizienz-Therapie zu machen. Und diese Lücke sozusagen zu füllen, das ist der Aufgabe gewesen der Leitlinien-Empfehlung. Und jetzt ist das abgegradet worden in eine 1b-Empfehlung. Das lag an einer sehr interessanten Studie, eine Strategie-Studie. Das ist die Strong-HF-Studie, wo man geschaut hat, was passiert, wenn man dem Patienten sagt, einerseits Regular Care, geh mal zu deinem Kardiologen und guck mal, was passiert, was der so macht. Und das Zweite ist, dass man sagt, nach ein bis zwei Wochen Vorstellung und dann alle zwei Wochen und dann mit dem Mandat die Dosen zu erhöhen, aufzutitrieren und möglichst intensiv zu behandeln. Und Sie sehen, rot sind die intensiv Behandelten, blau sind die anderen. Und Sie sehen hier die Dosisabhängigkeiten für die drei klassischen Therapien, Beta-Blocker mit MRRs und RAS-Inhibition. Und die sind am Anfang etwa gleich light und dunkel. Und im Vergleich über die Zeit sehen Sie, dass in den Roten wird es immer dunkler und bei den anderen bleibt es immer so etwa gleich. Das heißt, in diesem relativ komplizierten Schema hat es mal funktioniert, zumindest diese Strategie in einer Studie umzusetzen. Und das sind die Ergebnisse. Es wurde frühzeitig abgebrochen und man sieht hier, die Kurven divergieren etwa nach 60 Tagen. Und die Studie wurde nach sechs Monaten schon abgebrochen mit einer absoluten Risikoreduktion von 8,2 Prozent. Dann haben wir needed to treat von 14, um einen Todesfall und eine Hospitalisierung zu verhindern. Also ein wirklich großer Effekt. Rein durch die Strategie mit den Standardmedikationen und SGLT2 war hier noch gar nicht dabei. Ja, also mit anderen Worten, das ist sozusagen die Maßgabe. Klar, sehen den Patienten im Krankenhausbeginn frühzeitig auftitrieren und vor allen Dingen auch die Dosen anzupassen. Es sei denn, es spricht eine echte Kontraindikation dafür, aber nicht die Angst vor Kontraindikationen oder Nebenwirkungen. Das sollte nicht passieren. So, der letzte Punkt ist der Eisenmangel. Da ist natürlich viel. Da haben die Nephrologen mehr Erfahrung. Aber es gab vor einigen Jahren Studien, die klar belegen, eine Verbesserung der Belastbarkeit und der Lebensqualität ohne Outcomes. Dann hat man hier ganz neu, das hat man jetzt auch 2021 ein Register gemacht, Suite HF, Herzinsuffizienzregister in Schweden. Und dann sieht man folgendes. Unabhängig davon, welche Herzinsuffizienzform man hat, dann wird Eisentestung, Ferritin-Transferinsättigung nur in etwa 25 Prozent der Fälle gemacht. Und selbst wenn dann beim Herzinsuffizienten noch eine Anämie vorliegt, dann wird es nicht wesentlich besser. Dann sind es mal so um die 30 Prozent. Und das mit und ohne Anämie. Kein großer Unterschied. Also Eisenmangel gibt es bei Herzinsuffizienz in 50 Prozent der Fälle ohne Anämie, sondern man muss schon direkt aufs Eisen gucken. Und das hier ist eine Klasse 1a Empfehlung in der Leitlinie, das zu schauen zumindest. Ja, und Sie sehen, wie hoch die Prävalenz ist vom Eisen. Das kann im Grunde funktionell oder absolut bis zu 50 Prozent nach schwere Grad jeweils ausmachen. Das heißt, hier gibt es viele Verbesserungsmöglichkeiten. Die offene Frage ist jetzt immer, wird jetzt die Lebensqualität verbessert oder auch klinische Endpunkte? Und die AffirmHF-Studie war eine, die das untersucht hat. Und jetzt sehen Sie die Schwächen dieser Studien. Die sind erstmal nur ein Viertel so groß wie die klassischen Medikamenten-Studien. Die sind alle relativ unterpowered. Und dann hat man einen primären Endpunkt und der ist 21 Prozent Reduktion und verpasst knapp die Signifikanz. Und das geht so weiter. Und erst wenn man die gesamten Herzinsuffizienz-Hospitalisierung nimmt, als ein Sekundärer oder Co-Primary, dann wird das positiv. Also im Prinzip kann man das nicht übersehen. 20 bis 30 Prozent Risikoreduktion. Aber es war nicht signifikant. Und dann kommt es ein bisschen dann auf die Ermessenssache an, wie eine Leitlinienkommission sich an Formalia hält. Das nächste war die zweite Substanz. Feride Risomaltose. Iron Man-Studie. Genau das Gleiche. Sehr, sehr klein. 400 Patienten. Zum Schluss sind noch 87 drin. Und dann sehen Sie wiederum Borderline-Endpunkte. Immer 15 bis 20 Prozent Risikoreduktion. Und erst wenn man dann alle kardiovaskulären Punkte zusammentut, dann wird es signifikant. Also was macht man jetzt damit? Man wusste es nicht genau. Also das war noch zu Zeiten der Affirm-Studie. Man hat eine Klasse 2a, A-Empfehlung ausgesprochen. Das große A steht für zwei Studien. Das ist Iron Man und Affirm HF. Und 2a heißt im Grunde, muss man nicht machen, weil man es doch nicht so genau weiß, das sind diese blöden p-Werte. Und hat eben keine 1-Klasse ausgesprochen. Auch lange Diskussionen. Und dann war es aber so, dass einige Menschen wussten in dem Leitlinienkomitee den Ausgang dieser Studie. Hard-Fit-Studie. Und Sie sehen hier, die klassische Auswertung dieser Studie ist ganz klar neutral. Es gibt da noch eine Win-Ratio. Die ist ein bisschen missbraucht. Die war aber abgesprochen mit der FDA. Da geht vor allen Dingen 4-Meter-Gehstrecken-Verlängerung ein. Aber da ist jetzt die Frage, was ist das? Was ist da los? Und da zeigt sich, dass man gemacht hat eine Klassifizierung des Eisenmangels. In der Herzenssuffizienz ist das so üblich. Entweder Ferritin oder Transferinsättigung. Das haben die gemacht. Und dann kommt raus, dass sie möglicherweise Pech gehabt haben. Sie haben hier einen mittleren Transferinsättigungswert von 23. Unter 20 ist die Empfehlung. Das heißt, fast 50 Prozent der Patienten mögen keinen Eisenmangel gehabt haben. Schön randomisiert in beiden Gruppen. Also beide hatten keinen. So richtig. Und da ist das Problem. Und wenn man sich dann eine Meta-Analyse anschaut, die das beinhaltet, dann sieht man im Grunde, Behandlungseffekte werden erst positiv unter 25, 20. So etwa, das ist der Cut auf 20, hat man eigentlich den sicheren Wert. Und dann ist die Frage, was macht man mit dem Ferritin? Und wie macht man eine Reapplikation? Das ist bei uns vollkommen unklar. Ich weiß nicht, ob die Nephrologen das besser wissen. Aber was man sieht, dass man im Grunde die Patienten immer wieder, man testet, dann ist es normal, das Transferin oder das Ferritin. Und dann macht man keine Reapplikation. Und da hat in den Studien es dazu geführt, dass nach zwölf Monaten 19 Prozent behandelt wurden. Und dann nach drei Jahren so lange liefen die Studien nur noch zwölf Prozent. So, dass wir gar nicht wissen, wann wir eine Reapplikation machen müssen. Das ist vollkommen unklar. Und dazu muss man jetzt im Grunde irgendwie eine Meinung sich bilden. Und wie sieht es aus mit dem Ferritin? Das ist eine Analyse aus Glasgow. Und da sieht man, dass das Ferritin im Grunde eine U-Shade Curve, halt hohes Ferritin, assoziiert mit Inflammation, hat eine schlechte Prognose. Und die Transferinsättigung, die zeigt wirklich hier eine Prognose-Outcome für Herzinsuffizienz, wenn es unter 20 ist. Aber dieses hier kann möglicherweise nur die Diagnose eines Eisenmangels im Grunde unsicherer machen. Also wie ist das? Ferritin wird aktiviert durch Inflammation. Und die Inflammation natürlich auch reduziert die Eisenfreisetzung und Resorption über Hepzidin aus dem Darm, sodass man diese beiden konkurrierenden Probleme hat. Und wichtig ist zu wissen, und da schauen Sie sich bitte das an, das ist niedrige Transferinsättigung nach unten, über 20 nach oben und dann hier verschiedene Transferinkonzentrationen. Die schlechteste Prognose hat ein hohes Ferritin mit einer niedrigen Transferinsättigung, sodass in der nächsten Leitlinie, glaube ich, klar drinstehen wird, man orientiert sich an der Transferinsättigung und nicht mehr am Ferritin. Ja, weil das einfach ein zu unsicherer Parameter ist. Also das ist sozusagen die Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Die vier Punkte, die neu sind und aktuell sind. Man macht eine ganz klare Behandlung mit SGLT2-Inhibitoren über eine Erektionsfraktion von 10 bis 80 Prozent. Es gibt keine Limitation der Erektionsfraktion. Es ist eine Klasse-1-Empfehlung neu, HEF-MREF und HEF-PEF. Die Prävention der Herzenssuffizienz wurde erweitert, um die chronische Nierenerkrankung mit SGLT2 plus Finne-Renon. Und dann haben Sie hier ganz klar die Maßgabe, dass man in der Klinik möglichst weitgehend behandelt, um die vulnerable Phase abzudecken, dass man die Patienten früh sieht und immer alles macht. Zum Beispiel auch eine Eisenmangelbestimmung in der Praxis und vielleicht sogar in der Klinik und dann auch konsequent behandelt. Und das führt dann zu einer Reduktion der Hospitalisierungsraten, klassisch beim frühen Beginn, aber auch mit einer etwas schlechteren Evidenzlage beim Eisen. Also da warten wir jetzt noch auf eine Studie aus Deutschland vom DZHK, die auch schlecht rekrutiert, die möglicherweise hier Klarheit bringt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Professor Böhm für den schönen Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Hugo, bitte, vielleicht aufs Mikro, glaube ich, warten, damit das auch aufgezeichnet werden kann. Ja, weil es keine Daten gibt. Also die Leitlinie, die richtet sich auf die EF. Mich wundert immer noch, dass die Katzenbezett-Community über die EF spricht, wo wir doch eigentlich wissen, dass Strain-Analysen und andere Analysen viel besser die kontraktive Funktionen und Outcome repräsentieren. Warum kommt ihr nicht weg von dieser EF? Ja, weil es keine Daten gibt. Also die Leitlinie, die richtet sich immer nach klassischen Evidenzen. Und es wäre natürlich gut zu sehen in einer Prävention, dass man basierend auf der Strain-Analyse, Longitudinal Strain, was auch immer einen Therapie-Effekt ausmacht. Am weitesten vorangeschritten ist das, glaube ich, in der Kardio-Onkologie, wo man eine Studie hat, die ganz klar zeigt, dass der Strain sensibler ist als alles andere zur Prädiktion einer toxischen Kardiomyopathie. Das gibt es alles bei der Herzenssuffizienz nicht. Und ich gehe mal aus, der Strain ist eigentlich immer reduziert. Ja, eine zweite Frage, die ich stellen darf. Der Start der Herzenssuffizienz-Therapie ACE-Hämmer versus ANI, da hast du dich nicht so geäußert. Start mit ANI oder mit ACE-Hämmer? Also klar, das ist ein diffiziles Thema. Es steht in der europäischen Leitlinie und sonst nirgends auf der Welt ACE-Hämmer-ARNI. Lange Diskussion. Es hat sich gezeigt in der Studie Paradigm, dass der ARNI besser ist als der ACE-Hämmer. Die hatten eine Run-In-Phase drin, wo erst mit ACM-ARNI sozusagen exponiert wurde. Dann hat man alle Unverträglichkeiten aussortiert, um die Power der Studie zu erhalten, damit man die, die drin sind, wirklich, wirklich, wirklich dann behandeln kann und die Power hat. Das ist das Gleiche, was man früher mit Beta-Blockern gehabt hat. Nur da hat sich nie einer drum geschert. Und jetzt hat man in die Leitlinie 2016 reingeschrieben, erst eine Prä-Exposition machen wegen Blutdruck. Das ist verlassen worden. Aber ARNI ist ein Self-Paid-Market. Das heißt, wir haben in den Ländern der ESC, das sind so etwa 126, nur in 20, 30 Ländern, wo das bezahlt wird. Das heißt, die Penetration in ganz Nordafrika, Afrika ist minimal. Und da gab es dann die Diskussion, dass man im Grunde den Patienten, den Kollegen sagt, nicht alles falsch gemacht zu haben und eventuell mit einer Ersttherapie knallhart zu empfehlen ARNI, dass man dann sagt, naja, wir empfehlen euch was, was im Grunde in 60, 70 Prozent der Länder nicht geht. Dann hat man den Kompromiss gewählt, dass man eine kombinierte Empfehlung 1a macht. Es steht im Text drin und in der Fußnote zu der entsprechenden Tabelle, ARNI ist superior. Und daher für uns bedeutet das mit ARNI anfangen, weil es im Grunde erhältlich ist. Das hatte so diesen Hintergrund. Wenn ich das noch ergänzen darf, wir hatten diese Diskussion auch mit unseren niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Und da ist es so, was die Regress-Sorge angeht, werden wir tatsächlich gehalten, das klingt jetzt skurril, mindestens eine Tablette eines ACE-Härmers gegeben zu haben, zum Beispiel während eines stationären Aufenthalts. Das reicht den Kassen, um zu sagen, man hat sie bekommen und darf dann quasi ohne Gefahr für das Budget dann umzwischen. Das ist eigentlich eine absurde Situation, aber damit kann man es quasi rechtfertigen. Wir werden sogar gebeten, das in den Arztbriefen einmal zu dokumentieren, dass der Patient mal ein ACE-Härmer macht. Das kann man insofern erleichtern, wenn Sie reinschreiben, der Patient kam schon mit dem ARNI. Über die Komorbidität des Hochdruckes oder Nephro-Protektionen sind die meisten schon einmal mit dem ARNI kontaminiert worden. Man muss es, glaube ich, nur reinschreiben. Also der Patient ist dekompensiert unter dem ACE-Härmer. Ja, was macht man? Man nimmt die bessere Substanz. Darf ich noch eine Frage stellen? Eisenmangel. Also da bin ich natürlich noch nicht so ganz auf deiner Seite, weil mir die Daten noch immer so ein bisschen fehlen. Die Frage ist, woher kommt der Eisenmangel? Und ist es nicht ein Ausdruck einer Komorbidität, also latente Tumorerkrankung, chronische Inflammation? Und müssen wir die Patienten mit Eisenmangel irgendwie anders behandeln als die Patienten mit Herzinsuffizienz ohne Eisenmangel, auch in der Diagnostik? Also das ist so, da gibt es natürlich Sicherheitsmargin. Wenn man jetzt eine Studie macht mit Eisen, dann ist die Frage, der hat Anämie und Eisenmangel. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass er die Eisenmangel hat und dann sekundär die Anämie über die Herzinsuffizienz. Das ist die Inflammation, die Heraufregulation von Hepzidin. Früher nannte man das ja Mucosablock im Medizinstudium, dass das nicht mehr resorbiert wird, aber vor allen Dingen, dass es auch nicht mehr mobilisiert wird aus den Eisenspeichern. Das ist die eine Möglichkeit und dann muss man gucken, wenn die Anämie dann da ist. Dann darf man nicht vergessen und das ist auch eine Sicherheitsangabe oder Margin gewesen beim Hb von unter 10. Da sollte man halt einfach gucken, ob ein Eisenverlust da ist und natürlich nach dem Karzinom suchen und nach anderen Ursachen des Eisenmangels. Im Übrigen auch Vitaminmangel. Es gibt jetzt mittlerweile immer mehr Studien, die zeigen, dass der Schwerherzenssuffiziente auch im Grunde schlecht ernährt ist. Ja, da kann mal eine Folsäure oder eine Vitamin B12 Problematik dahinter stecken. Das muss ko-substituiert werden. Wenn man nur eine Komponente ersetzt, dann augmentiert man die andere. Also ganz wichtig, dass man diese Patienten komplett work upt. Aber die schlechteste Lösung ist gar nicht hinzugucken. Vielleicht in die gleiche Richtung nochmal. Es ist ja ein nephrologisches Symposium. Wie interagiert der Eisenmangel und dessen Therapie mit der Niereninsuffizienz? Also die Patienten haben ja dann doch auch noch eine Anämie, kriegen EPO. Wie machst du das denn in der Praxis? Ist das unabhängig davon? Willst du da die Dosierung anpassen, Intervalle und so weiter? Naja, also korrigiere mich. Ihr macht das ja natürlich auch immer, um Erythropoietin zu sparen, die Eisentherapie. Das ist sicherlich sinnvoll. Die RED-HF-Studie bei der Herzenssuffizienz hat gezeigt, daripoietin ist wirkungslos, hat in einigen Endpunkten sogar eine Übersterblichkeit zur Folge, möglicherweise durch Off-Target-Effekte. Der Eisenmangel ist natürlich auch renal bedingt, also endogene Erythropoietin durch den oxidativen Stress in der Niere. Das ist der Grund, wenn man den rausnimmt über ein SGLT2-Inhibitor, dass dann der HB steigt und der Hämatokrit. Und wenn man sogenannte Permeationsanalysen macht, das heißt, welcher der Mechanismen der SGLT2-Inhibitoren ist am engsten assoziiert mit dem Outcome-Effekt, dann kommt immer raus Hämatokrit und Hämoglobin. Das heißt, man muss gucken, was man da macht. Jetzt gibt es die Diskussion, man sollte das Eisen gucken, wenn der HB steigt bei SGLT2, ob man den in einen Eisenmangel rein treibt, was man dann zusätzlich substituieren muss. Oder das Eisen wird besser, wenn das SGLT2-Inhibitoren die Inflammation reduziert und so weiter. Da gibt es jetzt viele tolle Milton Pecker und so, die machen so tolle Editorials und mechanistische Arbeiten. Das ist ein offenes Feld, wie SGLT2 mit Eisenmangel, Niere und der Herzenssuffizienzproblematik interagiert. Vielen Dank für den super Vortrag, Michael. Ich wollte auch nochmal in die Eisen- und HB-Diskussion ein bisschen mit einsteigen. Also wir messen regelmäßig Transferin-Sättigung. Es ist tatsächlich so, dass der Ferritin-Wert ja auch ein Inflammationsmarker ist und dann uns im Prinzip nicht so wirklich viel hilft. Wir haben auch im Prinzip Target-Levels definiert für die Dialyse-Patienten, also insbesondere für die Präterminal- und Dialyse-Patienten und substituieren auch, wobei IV immer besser ist als oral wegen der Resorption. Mich wundert es ein bisschen, dass diese ganzen HB-Studien, auch EPO-Studien, vielleicht sind es auch noch nicht so viele, bei der Herzenssuffizienz so wenig gebracht haben. Es gibt uralte Daten, dass Bluttransfusionen per se schon die Herzenssuffizienz bessern. Ich glaube, die sind 30 Jahre alt oder mehr. Ich frage mich, ob das nicht so ein unterrepräsentiertes Feld in der Herzenssuffizienz-Therapie ist. Ich weiß von unseren initialen EPO-Studien in den 80ern, da war ich Anfänger in der Nephrologie, die Patienten unglaublich profitiert haben. Also die haben sich darum gestritten oder darum gekloppt sozusagen, in die EPO-Studien zu kommen, weil der Effekt, auch was die Leistungsfähigkeit anging, die muskuläre, wirklich, das war überragend. Also da frage ich mich, ob da wirklich schon das letzte Wort im Hinblick auf EPO-Eisensubstitution in dem Gebiet der Herzenssuffizienz plus Kombination mit ihren Insuffizienz gesprochen ist. Ja, wir haben ja die eine Studie, das ist die Rater-App-Studie, die hat 5000 Leute randomisiert, die war wirklich gut gemacht und da kam wirklich ein neutraler Effekt raus. Die hatten mehr Schlaganfälle. Und die hatten mehr Schlaganfälle. Dann gab es da ein Ziel der HB. Genau, das ist nämlich der Punkt, wo ist der HB? Wenn man eine Erythropoietin-Studie hat, man hat ein HB von 6, dann werden die Patienten besser werden, das ist ganz klar. Die Frage ist, es ist ja offen, von wann bis wo wir transfundieren überhaupt eine signifikante Anämie. Jetzt gab es beim letzten HA eine Studie, wo man gesagt hat, Postinfarkt-Transfusion, da war die liberale Transfusion im Trend besser. Und die Studie kann man nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, weil das war alles irgendwie nicht signifikant, die war klein. Aber es gibt in einer Subgruppenanalyse, nicht adjustiert, da gibt es die Herzenssuffizienz. Und das sind dann die einzigen, die wirklich ab einem HB von unter 8 profitieren. Also man kann daraus sich sein eigenes, es gibt ja nichts, was dagegen spricht, sagen, okay, eher liberal bei Herzenssuffizienz zu transfundieren. Wenn dann wirklich, kann sein, dass dann auch Erythropoietin funktioniert, aber nicht bei so einem HB unter 11 oder sowas. Weil dann merken sie es symptomatisch nicht und dann haben sie die Off-Target-Effekte mit Schlaganfällen, möglicherweise Endotheldysfunktion, was das experimentell macht. Ja, also das wird in der Herzenssuffizienz keiner noch mal eine Studie machen. Das glaube ich nicht. Also die HB von 11 ist im Prinzip auch das, was wir anstreben. Höher macht gar keinen wirklichen Sinn, also man muss sie nicht komplett korrigieren, die Patienten. Jetzt noch mal kurz zu den Schlaganfällen. Genau dasselbe haben wir auch in der Initialphase unserer EPO-Studien gesehen. Und die waren erstens überkorrigiert und zweitens mit dem Blutdruck schlecht. Die Frage ist, waren die, war das zum Beispiel ein Blutdruckeffekt mit auch die Schlaganfälle oder gab es da, oder Thrombosen zum Beispiel? Also die Blutdruckeffekte, die waren das, da gab es Analysen, da war es kein, also sie haben damals ganz viele Analysen gemacht, was da zusammenhängt. Und da gab es kein, da war nicht die Höhe des HBs, war nicht da, das war kein Blutdruckeffekt. Da waren so Analyse, wo man jetzt schauen wollte, woran liegt das? Da hätte man ja gegensteuern können. Aber da hat sich nichts gezeigt, sodass man sagt, das ist ein Off-Target-Effekt der Substanz selber. Die Frage ist, ob es mit anderen Substanzen anders ist. Die Frage ist offen, aber da wirft keiner mehr den Ring in Not. Gut, aber ich habe eine Frage an dich, wann machst du denn eine Re-Eisensubstitution, bei welchem T-Sat-Wert? Das ist die Frage, die wir nicht wissen. Also wir gehen bei Werten unter 20, also Transferinsättigung substituieren wir Eisen, erstens, um natürlich den HB stabil zu halten. Und die Re-Substitution, die ist unklarbar. Das zweite, dritte, vierte Mal. Lässt er die wieder unter 20 abfallen? Genau, die werden regelmäßig kontrolliert und wenn die sich eben an die Untergrenze annähern, dann werden die wieder substituiert. Annähern, aber die müssen nicht 20 unterscheiden? Nein, die müssen nicht unterschreien. Die werden grundsätzlich auch intravenös substituiert und nicht oral. Das funktioniert wesentlich besser und ist auch besser verträglich für die Patienten. Die Nebenwirkungsrate ist extrem gering. Früher hat man ja immer gedacht, die kriegen dann Blutdruckabfälle. Wenn man das langsam verabreicht, passiert da gar nichts. Also wenn man das so macht, dann haben wir 20 Prozent nur noch nach zwei Jahren, die überhaupt substituiert werden. Auch weil sie dann eben einfach noch in einer Sättigung von 25 rumlaufen und das ist möglicherweise zu wenig. Das ist das. Und Iron, da gibt es Iron-In, Iron-Out-Studie. Orales Eisen bei Herzinsuffizienz ist belegterweise unwirksam. Mit den jetzigen Präparaten. Vielleicht ändert sich das. Gibt es weitere Fragen aus dem, bitte. Ich habe dich nicht verstanden. Sag du noch mal. Gute Frage. Gerade online im European Journal of Heart Failure, wo Sie geschaut haben, in Abhängigkeit von Komorbiditäten, wie viel man erreicht hat an Dosen. Kein Unterschied. Auch nicht mit MRAs bei Niereninsuffizienz. Der Kardiologe, der erschrickt sich ja bei einer GFR von 45. Das ist nicht gerechtfertigt. Die relativen Risikoreduktionen sind gleich. Das absolute Risiko ist doppelt so groß und damit ist die absolute Risikoreduktion etwa 30, 40 Prozent größer. Also da, wo es schwierig wird, hat man auf der individuellen Basis die größten Therapieeffekte. Das muss man sich jeden Tag vor Augen führen. Ja, aber da gibt es keine Interaktion. Wobei das eine Studie war. Die haben natürlich gut aufgepasst. Prima. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, nochmal ganz herzlichen Dank an Professor Böhm. Vielen Dank. Vielen Dank.